Der Pflegenotstand droht nicht, er ist in vielen Fällen schon da. 31.000 offene Stellen in der Altenpflege, Tendenz wachsend. Im Forum der AOK Nordost, AOK Live, stand am Montagabend in Schwerin die Zukunft der Pflegeversicherung im Mittelpunkt. Professor Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen regte eine Revolution der Gestaltung der Pflegeversicherung an. Der sogenannte Sockel-Spitze-Tausch deckelt den Eigenanteil der pflegebedürftigen Personen. Die Kosten darüber hinaus sollen komplett von der Pflegeversicherung getragen werden. Dabei würde das Risiko der Qualitätssicherung auf die Versichertengemeinschaft übertragen werden. Um den totalen Pflegenotstand zu verhindern, da waren sich alle Beteiligten einig, muss am Pflegeberuf angesetzt werden. Der Pflegeberuf an sich muss attraktiver werden. Das beginnt bei der Frage Ausbildung. Dort sind wir ja als Land im Moment dabei, die Schulgeldfreiheit zu schaffen. Das geht über die Bezahlung und dann auch die Frage, wenn ich als Fachkraft in der Pflege arbeite und selber jemanden habe, der pflegebedürftig ist. Welche Unterstützung bekomme ich dafür? Und all diese Punkte sind Dinge, die auch finanziert werden müssen. Pflege ist ja in der letzten Zeit jemals nach meiner Wahrnehmung nicht positiv bewertet worden, auch in der Öffentlichkeit, auch in der medialen Öffentlichkeit, sondern eher negativ. Schlechte Arbeitsbedingungen, wenig Geld, schwierige Verhältnisse, Probleme hier, Probleme da. Und wenn wir das nicht ändern und positiv über Pflege sprechen, dann werden wir Leute, die zurückkommen wollen, nicht motivieren können. Und wir werden auch junge Leute, die den Beruf ergreifen, nicht motivieren können, den Beruf ergreifen. Also neben den Rahmenbedingungen, die wir natürlich ändern müssen, damit das Bewusstsein für Pflege sich ändert, müssen wir auch besser über Pflege sprechen, damit die Leute Interesse an Pflege bekommen, dies als interessanten Beruf begreifen und dann auch den Beruf umsetzen, entweder die Ausbildung machen oder in den Beruf zurückkehren. Sonst wird das sehr schwer. In einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema, das derzeit sowohl bundes- als auch landespolitisch diskutiert wird, kamen auch die Gewerkschaft Verdi und eine Heimleiterin aus Stralsund zu Wort.